Wir kommen jetzt zu unserer heutigen Mannschafts-Ausstellung und wir beginnen wie immer mit Rundfam Torhüter. Rundfam Torhüter. Mit der Nummer 23, Castello. Rundfam Torhüter. 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 Mit der Nummer 24, Kermin. Langebel. Unser Trainer heißt natürlich Marco! Große! Und jetzt, gib mir ein R, gib mir ein B, gib mir ein L, wer gewinnt heute? Wer gewinnt? 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR